Jetzt komm ich schwer. Komm mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Lass mich hier. Ich warte auf dem Schiff. Jetzt kommt wieder der Boss. Oh, ist mir warm. So, was haben wir hier? In der Mitte haben wir einen Generator, wegen Selbstverstörung. Da müssen wir... Okay, ich bin... Ne, wir sind nicht getrennt. Okay. Gut. Erstmal wieder verteilen, ne? Erstmal wieder alles verteilen. Ein Flammwerfer nach oben. Einer hier hin. Ein Reparaturzett hier hin. Einen Flammwerfer hier hin. Okay. Komm ballern. Ballern. Selbstverstörung, Selbstverstörung. In der Mitte, 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 Mitte. Salva! Salva! Komisch! Oh, Junge. Ich hab dafür nicht gedrückt. Nein, hast du nicht. Du hast so einen Werkzeugkoffer in der Hand gehabt. Hallo. Ey, manchmal dieses Klicken. Da kommt man nicht hin. Da kommt ne Werkzeugkoffer. 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 Mitte, Cyber. Cyber, Mitte. Du bist doch am nächsten dran. Dann benutzt du es auch. Wow, man kann man den Ding voll weit wegschmeißen, wenn man gedrückt hält die X-Taste. Man kann mal schmeißen. Ich bin durch. Mitte. Mitte, Cyber, Mitte. Cyber, Mitte. Ich bin tot. 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 ich lebe wieder ich kann nicht durch mitte 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 ich komme doch gar nicht hier durch du idiot dann läuft man eben außenrum bei euch ausreden ausreden da oben ist nicht zu video da war zu bei mir zu bei mir zu ja jetzt da sieht man eine tür bei dir du hast gar nichts gemacht also blöd rumstehen tust du hier nix meine connection was denn passiert ihr seid beide weg oder was ich kann mich wieder ja alles gut ballern ballern ihr seid wieder da sehr gut mitte 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 100 jahre brauchen sie um in die mitte da mal ein bisschen müllig zu gehen nächstes mal nämlich so ein piccolo arm mitte 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 warum sind zwei feuerlöcher auf der selben ja ich weiß nicht weil ihr damit herum wandern und überall was stehen lässt ich bin an meiner kajüte hallo darf ich auch wieder belehnt werden wandert bitte nicht immer mit den sachen wurden dass die sachen immer da wo sie wo soll mein gehör einer in den belebensraum so setzt verteilt sein aber aber die nation leute und dann schon wieder brennt einer ist also ein ein ding ist zum laufen und einer ist oben einer unten so am besten ich bin tot das ist gut schnell drückt auf den knopf so siehst du da oben dann spring rüber das habe ich nicht ganz geschafft warum ist ein cyber überhaupt gestorben leute so schwer ist das gar nicht ja weil ich aber nicht da sein sollte dann holt ihr zu deinen eigenen feuerlöcher und bangen sie rein schießen schießen schießt jemand mit mir nein die macht ihr erstmal mit mitte mitte halber mitte mitte halber Ich komm nicht rein, Cyper, du musst machen, äh, trau mal, trau mal, trau mal, du musst machen, ich komm hier nicht durch, ich komm hier nicht durch, ich lass den Feuerlöscher raus, warum sind denn hier zwei Dinger, Zyper, 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 ganz riskierbar in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lass den Feuerlöscher los, das war auch knapp, Das war auch knapp. Ja, ich dachte, er ist Cyber geht hin, aber... Nee, da war die Tür zu, siehst du doch. Ist rot, ich konnte nicht. Deswegen bin ich dann an dir vorbeigelaufen? Scheiße, ich komm auch nicht rein, ich komm auch nicht rein, ich komm auch nicht rein. Du bist noch durchgekommen, ich noch nicht. Da war sie noch gelb geleuchtet. Einfach die obere Kanone schießen lassen, dann haben wir gewonnen. Cyber, komm lieber da raus, statt da drin rumzugammeln. Achso, hast du mich wieder geholt. Ja, ein bisschen mehr aufpassen. Warum machen wir jetzt drei Köder? Aber der wie ist? Mitte... Mitte... Komm Fiesen! Dann haben wir ihn jetzt oder wie? Ich kam nicht. Ist zu. Ich komme, 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 komme. mitte 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 zwei war mitte zahlbar zwei war der eine leitung wie so eine schnecke ja ich drehe mich auch weg also das können traut man nicht mit angucken also das war wirklich unter aller sau ja den kann man doch das ist ein super zeiger der hat so einen scouter der kann kampfkraft ausmessen nun ihr habt den schlechtesten teil meiner flotte zerstört und der teil der in ordnung war und den teil der ziemlich gut war na und jetzt kämpft ihr die gegen die grausamsten quassards des universums echt kaltblütige typen ich meine alle quasi sind kaltblütig aber diese kerle sind knallhart ihr habt keine chance spaceflat wir gucken wie das aussieht ja natürlich brauchen wir dich besser hier der älteste aufwachen das schläft hier gibt es gar kein boss level guck mal ich glaube das ist letztes level war ja spiel durch dann auch dann los dann haben wir das hinter uns dann ruhe vor zeit dann kann ich eigentlich die ablos spielen juhu nein 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 ich habe kein wort verstanden ich habe kein wort verstanden so 6 1 jetzt kommen die ganz harten typen schöne reihe nach wir müssen uns wieder gegenseitig die türen öffnen und raketen rüber teleportieren oh man das wird was ich brauche auf jeden fall ein reparatursing reparatursing du musst die erste aufladen nein traut mal selber steht stell dich mal dahin selber stell dich da mal hin damit ich meinen scheiß kopf kriegt wo wird denn die aufgeladen die bombe ist mir explodiert aha aber das wird ja noch komplizierter das level stell dich doch darauf ja da musst du dich darauf stellen salva damit unsere tür anauf geht die ist verloren oh ja guck mal ich bin gestorben sein gehirn ist einfach so klein wie eine erbse er schickt einfach das level nicht er schickt das level hallo traut mann du bist rentner sein dein gehirn ist leider zur rosine geschrumpft so stelle ich jetzt hier auf damit meine tür aufgeht dann kann ich dir schon mal ein feuerlösch hier aufstellen dann schicke ich dir den schon mal rüber holst du dir mal jetzt rüber schicken einmal tauschen ja und jetzt jetzt gibt mir wechselkörper wechselkörper werkzeugkörper 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 ja hab ich nicht er macht die tür einfach nicht auf das würde ich meinen da kommt da ist er nimm ihn dir da los komm eine leitung wie ein frosch ich brauch ich nie ein werkzeugkörper ich weiß ja nicht so genau was meine aufgabe hier ist müssen wir erst mal herausfinden hier nimm 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 da Ich schieße schon mal Ne, jetzt habe ich ja keinen Werkzeugkoffer mehr Ja, weil Cyber oben da alle hat Gib mal mal den Werkzeugkoffer wieder Gib mal mal den Werkzeugkoffer wieder Du musst dir von Cyber einen holen Cyber, mach die Tür auf So, kriegt ihr das jetzt noch da oben gebacken Oder nicht so Wo wird denn diese scheiß Bombe hier überhaupt aufgeladen? Bei ihm drüben Jetzt bin ich auch noch tot Und die musst du rüberschicken Nein, die musst du rüberschicken Ja, die brauche ich hier nicht Ich brauche hier keine Bombe Wieso schickt der mir immer wieder Raketen zu? Ja, weil er dumm ist Cyber, was willst du hier Warum gibst du uns die Raketen? Du hast die Kanone bei dir, Cyber Siehst du das nicht? Du musst da mit der Kanone hin Nicht mit dem Werkzeugkoffer Was machst du denn jetzt hier bei mir? Ich bin da rausgekommen Ach so, du bist gestorben Was ist das hier überhaupt? Ja, zum Schießen Okay Das ist so ein kleiner Dildo Da drückt drauf und dann wird er gefickt So, ah 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 Ja, schön Hier Durch die Lippen durch Oh, ihr seid so doof Also Also Da sieht man die Intelligenz gleich null Wir müssen uns nur anpassen Also Du musst einfach nur mal mitdenken Hier hast du schon mal eine Kanone Hier hast du schon mal eine Denkse So, jetzt geht mir die Feuerlöscher Und genau Und machen wir die Theorie auf Machen wir die Theorie auf Super So, jetzt wird hier einmal getauscht Die Lüe Ja, habe ich dir alles schon vorbereitet Weil ich bin schlau So, ich brauche auch noch einen Werkzeugkörper Genau Und jetzt machen wir die Tür auf Damit Cyber seinen Ding da kriegt Ja Und was willst du damit? So, Cyber nimmt sich jetzt ein Ding Genau So, und du Mach jetzt so Genau Ich brauche noch einen Feuerlöscher Cyber Cyber Feuerlöscher 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 Nein, ich brauche nicht deinen Feuerlöscher Traubmann Ich brauche seinen Feuerlöscher Okay Guck mal, du hast jetzt schon drei Raketen da drüben Du musst die da aufladen mit X Weißt du, ne? Mit X musst du aufladen Cyber Mit X Äh, Traubmann Cyber zwei, Mann Mit X da oben die Rakete aufladen Achso Und dann musst du die in die Kanone reinballern Indem Cyber da drauf steht Cyber Cyber Und dann musst du die in die Kanone laden Und dann muss Cyber da hinten den Knopf drücken Versteht Ja, ihr versteht das nicht Ja Der, der, der Asse muss oben sein Dann wird er merken, wie, 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 wie der Stress ist Ist die Scheißegal in welcher Situation Ich kriege das alles hier hin Ja, Zalva Drück mal auf den Knopf Statt da blöd rumzustehen Könnt ihr mir aufmachen? Nö Aufmachen Hallo Bombe Ich probier's gleich Ja, habt ihr schlau hingekriegt Hier, was ist denn jetzt Das ist ja deine Aufgabe Seine Tür aufzumachen Aber seine Aufgabe ist Bescheid zu sagen Dass er da durch will Fangen wir einfach wieder von neu an Und Zalva Du hast ihm die ganze Zeit Nicht die Tür aufgemacht Damit ich einen Feuerlöscher hab Ich muss drei Aufgaben alleine bewältigen Nein, musst du nicht Du musst einfach nur Türen öffnen und Sachen machen Wir müssen doch erstmal Priorität Priorität hat erstmal Das überall Priorität ist Priorität ist erstmal Dass jeder seine Sachen hat Habe ich ihn gebracht? Nein, du hast die Tür nicht aufgemacht für ihn Du hast die Tür nicht aufgemacht Er hatte Schnauze Du wirst jetzt sehen wie krass das ist Zalva Tür auf Warte mal Ich brauch den noch Danke Einen Feuerlöscher brauchst du auch Hast du Nee Einer muss einen Den Feuerlöscher da wegnehmen Und hier Den Kasten hier mit rüber nehmen So, ich lade jetzt die Bombe So, Bombe ist geladen Aufmachen, die Tür 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 So, und jetzt kannst du abfeuern 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 Super Tür aufmachen, Tür aufmachen, Tür aufmachen Tür aufmachen, Tür aufmachen, Tür aufmachen Ich nehm den Feuerrischer. Ah, wieder. Tür aufmachen, Tür aufmachen, Tür aufmachen, Tür aufmachen. Okay, Tür aufmachen, Tür aufmachen, Tür aufmachen, Tür aufmachen. Ich dachte, du hättest die Waffe. Nee, Schaden begrenzen ist ja erstmal wichtiger, ne? Okay, okay. So, Tür aufmachen, Tür aufmachen. So, jetzt erstmal Schadenregulierung hier. Tür aufmachen, Tür aufmachen. Okay. Okay, ich leite Bombe. Sag dann nochmal was. Ah, was? Okay, ich leite Bombe. Gut. Jetzt erstmal Schaden regulieren wieder. Abgang. Doch, also mit dem Job, den ich jetzt gerade habe, komme ich gerade klar. Ah, ich könnte mal ballern. Okay, Bombe ist geladen, Bombe ist geladen. Bist du rutschig? Ja, aber eben ja so. Ach so, jetzt bist du wieder zurück. Ja, muss ja, ne? So, bei dir brennt's. Bei dir brennt's wohl im Kopf. Okay. So, Bumpe weg. Nein, ich brauche meinen Feuerlöscher wieder. Ja, kriegst du aber gleich, hier. Ja, hol ihn. Ja, nochmal aufmachen, nochmal aufmachen bitte. Was machen wir denn da? Hier brennt's bei mir. Bei mir brennt's. Bei mir brennt's. Bei mir brennt's. Ich komme. Ich bin tot. Ja, dann läuft's auch wieder. Tür auf. Da bin ich gekillt. Mann, Mann, Mann. Dann musste ich mal wieder hier die beste Position kriegen. Ich muss ja hier wieder für alle arbeiten. Guck mal, ich habe mich am meisten bewegt. Mein Job war easy. Kann ich einfach nicht hinkommen. Kann ich mir einfach nicht geben. Es hätte schlimmer sein können, sagt er. Es hätte nicht schlimmer sein können, nein. Allesartere endenzuführen. Verracyt! importa eine weitere Zahlen. Oder ist nichts Kown? Danke schön! Es hilft, etwas bleiben! Es ist K Duchescarem! Check �el Tobel Sá Hotel! Für, dieses Mod congregation. Vielen Dank.